Es ist zum Heulen. Wir haben uns auch geschaut, die Beerdigung der Queen heute. Rund vier Milliarden Menschen haben weltweit zugeschaltet. Also so viel wie bei Benissimo und Meteo zusammen. Wir haben endlich wieder mal so eine richtig fette Trauer für. Prinz Philipp, der mitten in der Pandemie gestorben ist, wurde ja leider eher im kleinen Rahmen beerdigt. Und bei der Verabschiedung des letzten Premierministers war einfach niemand so richtig traurig. Deswegen konnten wir jetzt alles rauslassen, so eine festliche Tour im Königreich. Sogar der royale Towncry hat einmal so richtig cried. Hey, einen 1,5 Kilometer langen Trauerzug durch London gab es. Mit unter anderem 95 Marine-Soldaten, die den Sarg gezogen haben. Typisch Militär gehen etwa gerne eins ziehen. Aus dem alle wichtigen StaatschefsInnen waren an der Abtankung. Makro, der japanische Kaiser, die Frau von Zelensky. Oh, und der Zelensky selber hatte wohl Besseres zu tun heute? Also ein bisschen wie ein G8-Gipfel mit dem Unterschied, dass wirklich ein Ziel erreicht wird, nämlich eine Königin zu Beerdigen. Alles wunderbar arrangiert in Reihe und geordnet, geordnet und putzelt. Militärisch, Royal, Englisch, perfekt. Und dann diese Szene. To remember her long life. Ich kann gar nicht mehr richtig trauen. Der Zettel im Bild trägt mich total. Dort sieht man ihn. Good gratitude. We remember her. Ich habe mich über den Zettel weggenommen. Überraschend auch eingeladen wurden. Prinz Andrew. Guckermus in Gülenschnätzle aus Mörschwil. Und James Bond-Bösewicht aus Fireball. Kolonialismus? Wo? Sogar den Gassensky geladen und durfte neben Joe Biden sitzen. Dabei hat er mit dem amerikanischen Präsidenten seinen ersten wirklich erfolgreichen Vertrag abgeschlossen. Der wächst mich, wenn ich einschlafe. Ein grosser Tag für alle. Bis auf den Zettel, der einfach alles kaputt gemacht hat. Das ist zu Meulen. Richtig, aber was ist auf diesem geheimnisvollen Zettel gestanden? Eine To-Do-Liste. Oder ein Liebeszettel. Eine schöne Zeichnung. Vielleicht aber auch nur ein Kochrezept. Wer es weiss, kann es gerne in die Kommentare schreiben.